Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Gerne sind wir dabei, bei der Tour, die ich euch heute zeige. Hier hinten im Ecken habe ich einen Stein gefunden. Einen Stein, den man weiter dreht, um nebeneinander zu bringen. Der ist jetzt ganz nebeneinander und der ist im Graubünden. Und wo er noch hingegangen ist, das zeige ich euch jetzt. Und jetzt seht ihr wo der Stein ist. Hier auf der grosse Stein, direkt neben der Bushaltstelle, bei der Brücke. Ich hoffe, jemand anderes findet ihn und reitet ihn weiter. Im Moment, für diese Tour starten wir an der Staffel Ecke Passhöhe. So nennt sich auch, beziehungsweise die Passhöhe selber, nennt sich hier die Bushaltstelle. Für die, die es wissen wollen, ist der Bus Nr. 135, den wir in Aarau starten können, um da hinzugehen. Falls ihr nicht da hinlaufen wollen, dann geht es hier los, bis die Staffel Ecke. Wandertafeln. Hier ist es auch angegeben, mit dem Jura-Höheweg Nr. 5. Auf der Seite der Strasse, wo man einen kleineren Wanderweg gemacht hat. Jetzt wären wir wieder ein Stück weit oben. Für euch schaue ich jetzt nochmal zurück her und zeige euch, wie es aussieht, wenn ihr Rückwärts schauen wollt. Und dort unten sind wir gestartet. Wo die Bushaltstelle ist, wo wir jetzt oben sind. Dann geht es hier weiter. Dann haben wir eine grosse Linde. Jawohl, das ist ein Lindebaum. Werden wir noch einen grösseren heute sehen. Hier vorne auf einem grossen Platz, wo man für Autos parkieren kann. Könnt ihr auch theoretisch dort oben ein Auto parkieren und von hier aus wandern. Und dann geht es vor uns nachher nach hinten durch. Dann gehen wir in den Wald hinein. Jetzt wären wir also hier oben. Hier nennt sich die Wandertafeln. Staffel-Eck-Parkplatz. Ja, dann natürlich gerade noch etwas anderes. Zum Anfang. Wenn man ja nichts sieht, heisst das eigentlich geradeaus laufen. Von hier sind wir jetzt gekommen. Ja, geradeaus. Es geht links geradeaus und rechts geradeaus, theoretisch auch. Aber wenn man dem gleichen Strassenverlauf folgt, dann ist das geradeaus. Und weiter vorne haben wir bereits wieder eine Wandertafel gesehen. Und uns dann dort eben in den Wald hineinführt. Also laufen auf dem oberen Teil. Wahrscheinlich wenn ihr die andere Richtung kommt, laufen ihr auch hier oben. Die Tafel hinten dran zeigt irgendwie leicht die Strache nach unten. Aber der offizielle Wanderweg, den wir jetzt vor dieser Etappe machen, geht dann schon hier drüber. Und das erste Mal wieder einmal Abends zu. Dann gibt es hier noch offenbar einen anderen Wanderweg für die, die es interessiert haben. Ja, die können ja selber mal nachschauen, wo das durchgeht. Ja, jetzt geht es wieder auf. Jetzt sind wir eine längere Zeit im Schatten gewesen. Und wenn es wieder weiter auf geht, sehen wir jetzt gerade, haben wir wieder Sonne. Wenn ihr es von der anderen Seite lauft, seht es für euch nicht anders aus mit der Beleuchtung. Das ist die erste Sitzmöglichkeit mit einem Brunnen. Da kommt schon länger kein Wasser mehr raus. Wahrscheinlich ist es irgendwo abgestellt. Da ist es jetzt gerade ziemlich steil hochgegangen. Mein Velo hätte jetzt gesagt, wir müssen die Absteigen. Allein schon auf dem Bodenuntergrund. Dann sind wir hier bei irgendeinem Grenzstein. Wahrscheinlich sind wir hier an einer Grenze. Äh, äh, kann ich nicht identifizieren, kenne ich nicht. Das Einzige, was ich identifizieren kann, ist T für meinen Namen, Toni. Die wenigsten wissen vielleicht. Nur die, die auf Instagram sind, wissen, dass ich Toni heisse. Und hierher geht es wieder bergab. So, Deleso, zum ersten Mal gibt es eine Situation, wo uns eine Wandertafel zeigt. Sie gehen nach links, das heisst hier oben. Wir aber keine Nummern sehen. Das heisst, wäre jetzt dort noch eine andere Wandertafel, die hier auch runter zeigen würden, wäre es jetzt schwierig herauszufinden, wodurch wir keine Wegweisung hätten. Weil ja, wir müssen ja eigentlich dieser Nummer nach wandern. Dann haben wir einen Fünfer hier. Und da es hier jetzt keine andere Richtung hat mit Regalen Wandertafeln. Sind wir auf dem richtigen Weg. Was meinst du? Ja, ich denke es auch. Gut, also dann machen wir das. Ihr könnt jetzt schon gut erkennen. Man könnte meinen, wir sind im Herbst wandern. Aber es ist ja eigentlich immer noch Sommer. So, als Laie erlaube ich mir jetzt euch zu mitteilen, warum das so ist. Kurz und einfach kommt ihr vielleicht selber auch auf die Idee. Das ist, dass es zu wenig regnet hat. Und dadurch, dass es zu wenig regnet hat und die Bäume weniger Wasser haben, müssen sie Energie sparen. Und das machen sie, indem sie schon die Blätter frühzeitig verwelken lassen lassen. Ich sage jetzt verwelken, vertrocknen. Und fallen lassen lassen, damit sie den Rest des Baumes weiter retten können. In diesem Sinne, dass nicht zu viel Feuchtigkeit verloren geht. Und deswegen wird es dieses Jahr schon einen früheren Herbst geben. Und bereits ja schon angefangen hat. Immer noch im Sommer eigentlich. Ja, das ist das Problem mit der Problematik wenig Regen. Prost. Danke Wilma. Wenn ihr hier in den Wald hintergeht, dann findet ihr weiter hinten eine Sitzbänke und ein Tisch mit einer Feuerstelle. Ok, eine weitere Wandertafel. A-Alm-Hard. A-E geschrieben. Alm-Hard. Ok. Wir sind jetzt schon wieder ein Stück weiter und sind aus dem Wald gekommen. Hier seht ihr das Panorama nochmals etwas anders als das, was ihr vorher gesehen habt. Hier habt ihr das Bergpanorama. Ich erlaute mir jetzt einmal das Berg zu nennen. Und hier vorne, wenn ihr auf Google Maps geht, meint ich doch jedenfalls, falls ich das nicht falsch in Erinnerung habe, werdet ihr sehen, dass das ein spezieller Ort ist. Denn das ist vom Jura Park eine Baumkapelle. Interessant, was es nicht alles gibt. Zwei Pnonnenstab. Zwei. Wie geht's dir? Zwei. Hoi. Zwei. Du musst die Fliege betreiben, he? Tschüss! Musik Jawohl, jetzt sind wir wieder an einem Ort, wo es mehrere Möglichkeiten gibt, um durchlaufen. Hier haben wir aber eine Wandertafel mit der Nummer drauf, wunderbar. In Möserre sind wir. Manchmal seht ihr auch so etwas, das euch den Weg weist, falls es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und weiter oben kann man dann bereits an einem Baum auch schon erkennen. Das ist hier hinten wieder geil. Was jetzt nicht zwingend heisst, dass man hier oben müsste. Aber weil es jetzt ein Pfeil war und nirgends etwas anderes markiert ist, geht es dort natürlich durch. So, jetzt sind wir an einem Ort, der nennt sich Linnerberg. Und hier gibt es noch eine Feuerstelle. Und hier hinten einen Aussichtspunkt. Den zeige ich euch jetzt auch gleich. So, jetzt geht es schnell. Weiter geht es wieder. Nach diesem kleinen Stopp für ich und für uns, um die Aussicht zu geniessen. So ein tolles Modewort. Geniessen. Obwohl das jetzt schon vor Jahrzehnten gab scheinbar. Oh, lässig. Sieht richtig cool aus hier. Und ihr merkt total den Unterschied, wenn ihr im Wald steht oder in der Sonne steht. So viel macht das aus. Bäume gleich wichtig. Uiuiuiui, da geht es abends zu. Auch das, für euch zum Zeigen wichtig. Je nachdem, wie ihr zu Fuss unterwegs seid. Aha. Offenbar gehen die hier auch noch durch. Auf dem Wanderwerk. Dass ihr wisst, wie der Untergrund ist, falls ihr mal neu durch seid. Deswegen mache ich auch die Filme für euch. Damit ihr vorher seht, ob der Untergrund für euch zumutbar ist. Je nachdem, was ihr euch zutraut, immer zu laufen, zu wandern, zu spazieren. Wie man es auch immer nennen will. Wenn wir dann weiter runter sind, haben wir wieder befestigte Strasse. Ein paar Bänken. Immer noch im Schatten. Gibt es nämlich auch nicht oft. Und dann kommen wir hier aus dem Wald raus, wie ihr seht. Und weiter unten. Man kann es von hier schon sehen. Moment, ich zeige es euch schnell. Mal. Dort vorne. Dort vorne. Das dort ist eine Linde, wo wir jetzt hin gehen. Dort geht unser Wanderweg weiter. Wir nähern uns dem speziellen... Der Baum ist nicht speziell. Aber die Geschichte zum Baum ist speziell. Und ihm sein Alter. Jetzt stehe ich für euch hier unten beim Baum. Wir sind Wandertafeln in Linn. Und hier seht ihr den Baum. Wir sehen, dass es nur grün ist, weil der Baum wirklich so riesig ist. Jetzt laufen wir für euch hier vorne zum Baum an den Rinden. Damit ihr seht, wie gross er ist, wenn wir dort stehen. Seht man so den Baum? Seht man den Baum immer noch? Hä? Seht man mich nicht? Ich kann sprechen. Ich will es von dir wissen. Ich will nur, dass man mich sieht. Ja, man sieht dich. Okay. Und jetzt zeige ich euch den Baum, wie gross er ist. Das geht ja hier oben. Gute Fahrt. Danke. Danke. Äh, nein. Geradeaus. Wir sind gerade wieder Rumpf. Wir befinden uns bei Liedacher. dass diese Pflanze an der Kante ist sie hell bedeutet durch fehlende Nährstoffe die hat wahrscheinlich zu wenig Wasser gehabt und deswegen ist sie nicht komplett grün oder so liebe Wanderfreunde auch solche Sachen gibt es und nicht nur in anderen Ländern auch die Schweiz muss ich damit bekümmern wir sind hier an einem Ort hier geht es um ein Langzeitbeobachtungssystem wo die Tieferbohrungen gemacht wurden in Pötzberg 1 wo Schweizer Atommüll tief im Untergrund in einem geologischen Lager entsorgt werden sollen sie hat gerade gesagt ich sollte schauen eigentlich haben wir weiterlaufen aber hier ist ein Stein wo ich euch am Anfang erzählt habe es gibt Steine die bemalt sind das sieht ganz cool aus mal schauen was hinten ist genau seht ihr da steht auch bitte Fotoposten und so weiter ja da steht halt nicht viel mehr drauf weil es nicht viel mehr Platz hat aber ich weiss ja was man da macht nehme ich noch oder nimmst du mit oder nimmst du mit ich okay also heisst bei dem Bänke hier leider bei dem Ort wo hinter mir ist wo ich euch gerade gezeigt habe habe ich den jetzt gefunden Wahnsinn hey so viel habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen schade die sind ziemlich ängstlich jetzt gehen sie wieder ja Wandertafeln, wir befinden uns in Reiniken, sind jetzt gerade oben runter gekommen und weiter geht es hier hinten um eine Ecke wieder. Jetzt sind wir an einem Punkt, wenn wir von hier gekommen sind, würde man denken, wir müssen geradeaus weiter. Dann sieht man hier die Wandertafeln, da muss man gut schauen, in die Paradiesstrasse, Rinikostrasse. Hier oben ist die Wandertafel, wenn ihr aber von hier hinten kommt, weil der Wanderweg eigentlich von der anderen Seite startet. Was aber nicht relevant ist, weil wir von beiden Seiten kommen, wie ihr jetzt gesehen habt, ist es auch in dieser Seite gut ausgeschildert. Ja, würde man sie, wenn man von dieser Seite kommt, nicht wirklich sehen. Weil, ja, ich meine, wenn ihr jetzt hier rauskommt, wo ich jetzt gerade stehe, warte mal, sie weiterläuft, so. Wenn wir jetzt hier rauskommt und hier stehen, dann müssen wir zuerst überlegen, wo noch dauern müssen, weil ein Gsehntorf anhebt keine Wandersignalisation und dann läuft man irgendwann raus und die Wandertafeln muss man dann suchen, die ist dort verwachsen hinter den Bäumen. Jetzt bin ich gerade von hier auch, sind wir von hier oben, sigsweis, auf der linken Seite. Da seht ihr noch eine Bunkeranlage. Ein ziemlich grosses, das noch als Dankmal ist, ein militärhistorisches Objekt, das als Zeitzüge gilt aus dem Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945. Vor einwilligen Abend konnte man das instand halten, wahrscheinlich kann man da noch Besichtigungen machen. Äh, als wäre eine Bataillon-Sanitätshilfestelle. Die Bezeichnung ist 3885, Baujahr 1940 und so weiter und so fort. Dann gehen wir wieder weiter auf unseren Wanderweg da oben. Da seht ihr schon wartet, gehen wir gleich weiter. Jetzt könnt ihr aber auch hier drüber laufen, weil es geht exakt gleich wie auf der Strasse. Weil wenn ihr hier weiter rauslaufen habt, dann haben wir noch einen schönen Blick. Aber mehr oder weniger schön. Städter können auch etwas an sich haben, wenn man das anschaut. Da ist noch eine riesige Brücke hier unten. Eisenbahnbrücke. Und nochmal eine Sitzbänke. Wenn wir nochmal runter schauen können. Jetzt fährt gerade ein Wagon durch. Die Güter. Ah, das sind Cargo. So, was ich hier so habe. Welcher Merkst du da? Jawohl, weiter hinten hatte ihr wieder eine Brunne. Und weiter vorne, als ich jetzt bin, hatte es einen alten Grenzstein. Mit einem Symbol drauf. die nicht ganz klar zu identifizieren ist für mich, weil ich es nicht kenne. Es ist irgendein Tier. Und dann ist es irgendeine Jahreszahl. Ob jetzt das 17 oder 37 ist. Also ist die Frage, was das für ein Buchstaben ist. Oder für Beziehungswurzahlen. Auf der anderen Seite ist es genau gleich. Und dann ist oben eine Brücke drauf. Wir sind ja schon in Brugg im Kanton Aargau. Wahrscheinlich ist das ein alter Grenzteil von Brugg und einer anderen Ortschaft. Das ist das platzteil. ziemlich schön. Und dann ist es einfach da. Und das ist eine andere forgive. Das ist ein klar das Gerät. Und dann kann ich auf dem Weg. Das ist auch wichtig. Und dann geht es überhaupt, du weißt. Letzt wird auch da. Die Art haben wir zu einer caten. Bei der Nähe. Und dann könnt ihr weg. Daher hat sich in dieser Keller. Dann könnt ihr auf die Trastete. Und dann könnt ihr auf die Maher. Daher auf die Ohren. Daher? Dort hinten sind wir zum Wald ausgekommen. Dort steht wieder so ein alter Grenzstein. Hier sehen Sie es nicht direkt, aber hier müssen wir nachher gerade in den Wald hinein. Hier sind wieder Wandertafeln. Mit dem 5 drauf und so weiter und so fort. Und die Brücke ist auch angeschrieben. Dort steht, dass es noch 20 Minuten bis auf die Brücke geht. In die Hans-Fluesteig. So nennt sich der Weg hier, der Hans-Fluesteig. Und richtig schön im Schatten. Entweder geht ihr hier hoch, aber ich bin jetzt von hier runter gekommen. Dann steht ihr hier. Dann kann man hier hoch. Dann kann man hier runter. So nen richtig schönen Steinweg. Man könnte die hier hindern. Und jetzt ist die Frage, wo die Uhren wir müssen. Und damit ihr wisst, wo wir die Uhren müssen, dann gibt es jetzt zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Die eine ist, ihr habt ja gesehen, sie zeigt die ganze mit den Fingern runter. Das weiss ich schon lange, was sie mir sagen will. Und genau darum möchte ich euch das jetzt auch sagen. Die eine Möglichkeit ist, ihr schaut mal in alle Richtungen, ob ihr immer wieder das geile Rautenzeichen seht. Das kann man von hier oben bereits schon sehen. Das ist eine kleine Aussichtsplattform, dass man weiss, das ist ein Wanderweg. Die andere ist, ihr seht es direkt hinter mir. Weil wenn ihr von hier unten hoch kommt, müsst ihr ja auch wissen, ob ihr links oder rechts müsst. Und dann habt ihr hier oben an der Baum eine Markierung mit einem Pfeil. Und deswegen könnt ihr dann davon ausgehen, wenn ich hier runter komme und der Pfeil zeigt nach links, heisst das, wir sind mit grösster Wahrscheinlichkeit von hier unten gekommen. Jetzt sind wir ein paar Meter weiter unten, wie wir sehen, weil wir hier zum Wald ausgekommen sind. Dann gehen wir an dieser Frau vorbei und schauen die Landschaft an und sehen, dass hier unten unser Zielpunkt wird sein, da hinten um eine Ecke rum. Also gehen wir jetzt weiter runter. Wo waren wir jetzt? Wir waren auf dem... Und dann kommen wir da zwischendurch raus, he? Hier gibt es noch ganz alte Sachen, alte Häuser. Es verboten oben, Brück 10. Mai 1883 steht dort, die Ortspolizei. Jede... Jede Ver... Verunreinigung dieses Gässchens ist bei einer Busse von 5 bis 15 Franken verboten. Und da hinten sind nochmals weitere schöne Sachen. Altes Tor von Brück. Und über die alte Brück werden wir jetzt gleich rüberlaufen. Jetzt wird es gerade ein bisschen kompliziert, wenn ihr hier kommt, geht es hier rüber, oder wir kommen nochmal von hier oben. Weil jetzt gibt es eine spezielle Situation, die ziemlich verwirrend ist. Da wir ja als Nummer 5 laufen, he? Da müsst ihr halt jetzt lesen, in welche Richtung das euer Nummer 5 geht. Zu obersten oben steht die Staffelecke. 4 Stunden 10 Minuten. Aber... Hier um eine Ecke, seht ihr, ist nochmal eine Fünfe. Was bedeutet, dass hier auch der Juha-Höhe-Wag weitergeht? Und wir hier jetzt am Ende sind von dieser Etappe. Wenn man sich in der Stadt befindet, heisst das immer geradeaus. Oh, durch den Wanderzeichen nachlaufen. Jetzt sind wir fast in der Nähe. Jetzt sind wir noch. Auf die andere Strasseite rüber, he? Der Bahnhof ist da hinten. Jetzt schauen wir selber, wie ihr rüberlaufen müsst. Wahrscheinlich dort hinten unten durch, oder wie hier noch über die Strasse. Es ist auch ich überlaufen, wie ihr das macht. Jawohl. Ja, dann gehen wir jetzt zum Bahnhof rüber. So, dann ist es so, he? Dann wären wir jetzt hier am Bahnhof. Am Ende dieser Etappe nachher. Eine ziemlich tolle Strecke ist das zum Laufen. Sehr angenehm. Das Einzige, was wir hier haben, ist, wenig Trinkwasser. Also müssen wir doch etwas mitnehmen. Es hat nicht so viele Optionen gehabt. Auf dieser Seite her, gegen Puckzuh, hatten wir jetzt immer etwas mehr. Die Frage ist natürlich auch immer, das, was ich euch zeigen kann, ist eine Situationsaufnahme. Das kann sich vielleicht ändern. Auf jeder Fall hat jetzt auf dieser Seite mehr Trinkwassermöglichkeiten gehabt, beziehungsweise am Wasser zu kommen. Auf der anderen Seite, ihr wisst, wie ich das meine, haben sie gesehen im Film. Dessen sprechend, wir könnten auch mehr Trinken, die verdammt sich dabei gewesen sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018